Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich Willkommen. Wie Sie unschwer erkennen können, befinden wir uns im Gewinnspielstudio der großartigen Glotzer, denn jetzt ist wieder Gewinnspielzeit. Glotzer, Satellitenwelt kommt in einer Minute. Over. Okay Männer, wir sind wieder on high. Wunderbar. Bitte? Ah, ich. Okay, ich dachte du. Nee, ich doch. Weiß ich nicht. Mach mal. Wir bedanken uns ganz recht herzlich bei Disney für nicht eine, sondern zwei. Blu-Rays von Vajana. Das Paradies hat einen Hacken. Ein Wahnsinnsfilm, ein Film für die ganze Familie. Das kann man, glaube ich, getrost sagen. Es ist Feelgood, es ist ein bisschen Musical, es ist Action, es ist auch ein bisschen düster. Es ist wieder ein verrücktes Tier, aber diesmal ein durchgeknallter Hahn. Alles, was ein Disney-Film braucht, um mit den Kids am Besuchswochenende, wenn man den Rausch ausgeschlafen hat, dann sich einen schönen Blu-Ray-Nachmittag zu machen. Das Kind einfach auf die Couch setzen, dann eben nochmal was wegtindern und dann sagt, Kind guckt das, das ist super, das ist Disney. Da kann man nichts falsch machen und das Kind am Ende kommt dann zurück nach Hause zu Mutti und dem dritten Ehemann und sagt, Mensch, Vati ist so toll, kann ich da nicht auch mal wohnen? Und was müsst ihr dafür machen? Ihr müsst runterschreiben, was der Disney-Pixar-Film ist, den ihr mit eurer Kindheit am meisten verbindet. Ich kann gleich mal sagen, bei mir ist das Pocahontas 1997, denn das war der erste Film, den ich im Kino gesehen habe. Und das ist Quatsch! Und, ne, jetzt pass mal auf, und damit ist diese Antwort für euch schon mal raus. Die Antwort wird nicht mehr akzeptiert. Ihr habt Zeit bis Sonntag, 30.04.23.59 und den Gewinner gibt's natürlich wenig. Am Tag der Arbeit, am 1. Mai, vielleicht. Vielleicht, vielleicht auch später und zwar wie immer bei Instagram, dieser wahnsinnig flippigen Community, wo wir natürlich auch nicht fehlen dürfen. Wie gesagt, zwei Blu-Rays, genau, und das ist... Nein, also ziehen wir praktisch zwei Gewinner. Ja, gut. Wir sagen Tschüss, Adios aus unserem Gewinnspielstudio, bis zum nächsten Mal. Ja, absolute Knalle. So, Kinder, jetzt ist hier wieder Review-Zeit, ein bisschen, ne? Ja, und zwar die aktuellsten und coolsten Reviews zu den neuesten Filmchen. Die sind jetzt so hier in dem Bereich. In dem Bereich. Oder natürlich, wer Ultra-Wide hat. Ultra-Wide, das sind diese 21 zu... 21 zu 9... 21 zu 9 Bildschirme. Der findet sich auch hier. Oder auch optional hier. Da. Da. fully. Da. Da. Da.